so also willkommen zu der vierzehnten folge back to glory hier ist unser team es hat sich letzte folge gar nichts geändert wir brauchen immer noch zwei bessere premier league stürmer und ein premier league torwart oder allgemein eben torwart es ist mir egal ob die auf drei chemie spielen hauptsache ich kriege selten ein goldtor war ja wir haben immer noch philippi louis als rv spielen einfach weil wir keinen anderen gezogen haben bis jetzt aber sonst man ja noch sein natürlich smalling rojo das sind alle gute spieler in der liga sieht wie folgt aus liga 7 9 punkte und 14 brauchen wir um aufzusteigen das schaffen wir hoffentlich diese folge oder lasst das erste spiel gewinnen so da ist auch der erste gegner picozza 83 84 wertung 80 chemie 84 ist eine saurohe wertung higuain tervez lavezzi james rodriguez modric jesus navas filipi luis pique mascherano taniagis und rosé rena im tor ja ein gutes team aber nicht so viel chemie mal sehen wie es wird auch die cc 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 oh mein gott dort was ist scheiß pass cc nein nein fick mein leben oh mein fucking gott alles von cc ist ein scheiß pass man aber dann nehme ich doch den fahrzeuger da raus wenn es behinderte fick mein leben man nein 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 der musste ihm einfach gar nichts machen der konnte einfach locker easy durchlaufen sooo ah schön 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 und jetzt oh mein fucking gott hau doch das dinge da rein so so aiden ein ja wo oder eben hol dir den ball gönn dir den ball jawohl 221 komm schon Oh, shit. Oh, shit. Oh, nein. Oh, nein. Das könnte vielleicht eine rote Karte sein. Okay, der Schiri ist behindert. Mann, wieso ist der so einfach da durchgekommen? Das muss der Fee da halten. Komm schon. Rechts oben. Wie immer. Aber zuerst die Spass ist in Zukunft. Muss sein. Ja, du kannst gerne schießen mit mir, oder? Oh, mein Gott. Jawohl. 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 Spass ist in Zukunft. Funktioniert nicht mehr. So, 2 zu 1 für den Gegner. Na ja, es ist schon ausgeglichen. Auf jeden Fall gut, dass ich den Elfmeter hingehalten habe. Aber wir sollten vielleicht noch einen Sieg daraus kriegen. Also, so gut ist der jetzt auch nicht. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Hey, ich brauche unbedingt einen guten Torwart. Fick dich, James. Oh, zerbeerst du. Oh, ja. Sieh, Sieh, Sieh. Du stehst dir auch neben dem Tragen, hieb dir einfach dein scheiß Bein im Mist. Oh, komm schon. Komm schon. Komm schon. Jawohl. Hol den Scheißerbittenball und mach noch ein Tor. Ich brauche ihn weg. Ja, oder mach einfach ein fucking Torjubel. Leute, bei dem cooler Typ. Cooler Typ. Oh, mein Gott. Der hat sich jetzt durchzieht. Ich fahre zu dem nach Hause und töte seinen Hamster. Es juckt mich dann. Oh, mein Gott. Oh, mein fucking Gott, dieser Typ. Ich habe selten gegen so einen Hohenzongen gespielt. Fick mein Leben, Mann. Mein Team hat eben so scheiße gespielt. Der hatte vier Schüsse, vier aufs Tor. Ich hatte neun Schüsse, sechs aufs Tor. So fucking unverdient. So, da ist auch der nächste Gegner. Hoffentlich ist das kein übeltriebener Spaß wie eben. 81er wäre so 100 Chemie. Einfach ein komplettes Liverpool-Team. Unter anderem mit Can als Innenverteidiger. Also hat er die Skills. Und ein non-ver-silver-Rest-Verteidiger, Mann, Kiyo. Statt Glenn Johnson. Keine Ahnung wieso. Mal sehen, wie der so ist. Oh, Aiden, 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 Aiden. Oh, mein fucking Gott, was war das denn für den Schuss? Ja, ja, elf Meter. Jawohl. Oh, meine Standard-Situation, Gott. Aiden Bikini oben rechts, wie immer. Jawohl. Und ihre Torjubel. 1-0. Oh, mein Gott, er rennt einfach nur beim Anstoß durch. Oh, nein. Komm schon. Sieh, sieh, sieh. Ah. 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 Oh, Rosicki, 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 links Fuß. Oh, mein Gott, wo hast du schießen gelernt? Oh, ja, oh, ja. Oh, ja. Äh, wieso stoppst du ab? Wieso stoppst du ab? Du... Oh, mein Gott. 1-2 zur Pause. Und ich definiere den scheiß Typen, Mann. Schickaui. Boots. Jawohl. Schickaui. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. Jawohl. Nicht nochmal. Nicht nochmal. Mann. Oh, mein fucking Gott. Oh, mein fucking Gott. Kann man nur so viel Glück haben. Kann man nur so viel Glück haben. Schickaui. Schickaui. Yo, Schiri. Äh, Schiri. Schiri. Oh, Zerberstung. Zerberstung. Ja, Mann. Schickaui, Alter. Das ist so ein Tier. Jawohl. Jetzt. Einfach nur nicht vom Anstoß ein Tor kassiert. Das kann ja echt... Wuuuuh. Schickaui lauf. Und ein Torwart rum. Jawohl. Trickschuss. 4-2. Ja, Mann. 2-Packs. Bazz. Jawohl. 4-2. 2-Packs. Jetzt bitte gib mir einfach nur einen Stürmer und einen Torwart aus der Premier League. Ohne Witz. Schickaui mit einem Hattrick. Oh, dieser Typ. So ein Gott. Statt zwei 7,5-K-Packs zu öffnen, öffne ich einfach einen 15-K-Pack. Weil ich da ein seltenes Objekt mehr kriege. Messi ist wieder in Form. Nein, wir ziehen Diego Lopez. Mathieu. Hager schickt keinen Torwart und Stürmer aus der Premier League. Aber immerhin schon mal ein Torwart. Es ist zwar nicht aus der Premier League, aber das langt mir auch schon. Ein selten Torwart, der auch was drauf hat. Darauf habe ich gewartet. Den tue ich sofort rein. Und ja, das war's dann für heute. Wenn es euch gefallen hat, drückt da hoch und wenn ihr die neue Seite drückt abonnieren. Und übermorgen weiß ich nicht, was kommt. Eventuell Ronny Infos Weltreise. Und dann bleibt eigentlich nichts, weil ich sage, ciao und bis zum nächsten Mal.